Der Prototyp Aslak Teil 2 ist immer mit seinen Aslak unterwegs und jeder hat eine Trainingsjacke an. Die sehen so aus wie eine Fußballmannschaft. Die Wörter, die der Aslak am häufigsten sagt. Die Schlägerei eines Aslak ist sehr, sehr intensiv. Die Hand zur Seite drehen, dabei die Zunge rausstrecken. So beginnt jede Schlägerei. Und wenn die Aslak sich unterhalten, benutzen sie immer falsche Artikel. Ich schwöre mit den Mädchens, war ich letztens Kino Mino, Alter, hat übertrieben gemacht. Wallah, ich schwöre. Wallah, ich schwöre, Baby. Dann sagt sie Bruder zu mir, ich hab einen Drehkick gegeben mit Fußnageln. Und was hat eigentlich der Aslak in seiner Bauchtasche drinne? Was hast du eigentlich in der Bauchtasche, ja? Sei mal ganz kurz, leise, ja? Ich hab meine Bauchtasche, eine andere Bauchtasche drinne. Und wenn Aslaks Frauen anmachen, ist es wie aus dem Drehbuch. Das Mädchen, mach mal klar. Mädchen, komm mal her! Jetzt darf er weiter. Aber wenn ein Typ an dem Aslak vorbeiläuft, ist es Armageddon. Bleib mal grad so schlimm. Guck, warte, warte. Deine Schlüsse sind offen. Ah, nee, ich schwöre. Und wenn Aslaks telefonieren, telefonieren sie immer auf Lautsprecher. Bruder, wie geht's? Was machst du heute, ja? Ja, mein Mädchen ist komm. Bruder, ich höre später, ne? Ich muss kurz noch schauen, Bruder. Bruder, ich hab keine Frage. Geht mal los, ich bin alleine. Ich bin zu Hause. Oh Gott, das ist beklemmere Vielen Dank.